Warum geht man auf die Straße? Man macht es doch immer dann, wenn man was wirklich Gutes zu sagen hat. Und deshalb wünsche ich mir von Herzen, dass wir jetzt alle mit uns zusammen daraus auf die Straße gehen von Berlin und der Welt zeigt, was für eine coole kleine Nische wir sind und dass wir das Zeug haben, die Welt zu verändern. Weil unsere Mode schon Bio war, als Bio noch gar nicht Mode war. Also ganz klar, weil Fair Fashion und nachhaltige Mode die Zukunft sind. Wir haben als Messe Frankfurt sehr, sehr früh an das Thema geglaubt. Wir nehmen diese Verantwortung und wollen alle anderen Fair Fashion Labels aufrufen. und mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen, um Fair Fashion aus der Nische zu holen. Fair Fashion Move! 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 Fair Fashion Move!